Hallo und Willkommen bei Der Zug fällt schon wieder Diesmal in dieser Folge werden wir den Zug über diese Bahn bis zu dieser Rampe fahren lassen und dann fällt er auf den Kopf und Quast in den Klamm Bauch und der Zug startet jetzt Warte, fall nicht richtig Ja, egal Ende